Wir treffen uns heute hier am sonnigen Samstag, um die Herausforderung zur Eisbacke-Challenge von Herrn Michael Serreinig zu filmen. Die idyllische Umgebung der alten Donau mit einigen Schwinen ist eine wunderbare Kulisse. Auch die Schwester ist fleißig am Dokumentieren. So, jetzt kann es dann mal losgehen. Na ja, vor allem tun wir jetzt mal das Eis rein. War es jetzt gelöscht? Nein, ich lasse auf dem Weiterrennen, schneiden wir dann. Also liebe Jasmin, danke für die Nominierung. Ich nehme Sie hiermit an. Ich habe zwar die Sonnenbrille auf, es regnet, also ich eigentlich tropisch troff war, verkühlt mich auch. Nichtsdestotrotz nominiere ich hiermit den Andreas Janzek, den Fritz Müllbeck und die dritte Person, gerade diejenigen, die am wenigsten damit rechnen, dass ich nominiert werde, die Germaner, Schepper. Also, viel Spaß und Video kommt demnächst online. Einmal noch Eis rein. Irgendjemand muss die Schwäne verjagen. Nein, wir verjagen keine Schwäne. Es geht schon. So, geh weg Sophie. Komm Sophie, komm. Sophie, raus aus dem Bild. Geh weg, bitte von da. Dankeschön. Du wolltest mir immer schon mal einen Kübel über den Kopf schütten, oder? Nein, gerne. Selber machen. Selber machen. Selber machen. Wir haben das auch nicht. Ja? Nein. Das mach ich aber genauso. Los, los. Ja, boah. Ja, boah. Jetzt muss ich mal. Das wollte ich immer schon mal machen. Los, los. Der Mann hat seine Schuligkeit getan, oder? Und bringt das Rennen.